Okay, da müsste er ja gleich kommen. Fuck. Das kannst du laut sagen, Freund. Ich habe mich mal für Erwürgen entschieden. Gucken wir mal, was die anderen auch so sauber entfernt kriegen. Weißt du, wir wollen doch nur auf die Durchreise. Wer ist da drüben? Scheiße. Kannst nicht flankieren. Na komm. Okay. Was denn? Ich sehe jetzt zwei Typen, die da hinten sitzen. Gib mal eine Sekunde, dann zeige ich dir mal, was Reue ist. Ach, wieso eigentlich so kompliziert? Und zack. Schönen Flashbang. Fuck. Hätte einen schönen Fangschuss gegeben. Ich muss auch nochmal um die Ecke gucken, Kollege. Komm. Na komm. Ich habe Zeit. Du auch? Du auch? Okay, dem haben wir ein paar eingeschenkt. Der war aber sehr mutig. Habe ich auch gar nicht vor. Alter, wo komm... Komm her. Fuck. Na komm. Au. So ein Drecksack. Tut mir leid, Ellie, dass du das jetzt hier miterleben musst. So, wo ist noch einer? Lally wartet hinter der Ecke, also ist da clear. Fuck. Alter. Halt die Fresse. Wie viel seid ihr denn? Der nächste Idiot. Fuck. Was bist denn du für ein Arschloch? Okay, wir müssen kurz mal hier Medipack. Ich hoffe, wir haben genug Zeit. Wow. Okay. Der hat sogar noch einen Molotow-Cocktail. Okay. Okay. Scheiße. Mensch, diese Kämpfe, die rauben aber auch... ...einen Haufen Ressourcen. Die sind sehr, sehr ressourcenlastig. Ich hoffe, wir finden hier noch was. Und... ...wenn es geht, mehr als... ...als Klickerer oder sonstigen Scheiß. ...ein schöner Stein. Bisschen Lappen. So, da geht's wieder raus. Aber ich möchte erst noch hier, glaube ich, die anderen Zimmer durchsuchen. Er hat gesagt, er hat Zimmer als Lager... ...Räume ausgebaut. Das ist schon mal ganz gut. Das haben wir hier. Mit einem roten X stand im... ...im Text. Hm. ...mh, lecker. Noch ein paar Rollen Klopapier sind ja übrig. Der hat doch eben angezeigt, dass man hier aufmachen kann. Na komm. Nochmal fünf Pillen. Das heißt, wir müssten bald... ...75. Das heißt, wir können Messermeister machen. Messer mit voller Haltbarkeit zerbrechen. Nicht beim Befreien aus einem Klickergriff. Das ist natürlich super. Das will ich... ...will ich... ...ich will das auf jeden Fall mit diesen Klickern. Das ist mir so oft passiert schon. Das will ich also auf jeden Fall... ...will ich das skillen. ...schauen, was wir hier sonst noch so finden. Hm. Okay, da geht's weiter. Wir haben aber noch einen Gang. Was war denn das? Kurz hier nochmal. Ich muss leider alles durchsuchen. Wir haben uns eben ziemlich ausgezogen. Was das hier angeht, die ganze Geschichte. Ja, und hier scheint die... ...die ewige Dunkelheit wohl vorzuherrschen. Neuen Basic können wir auf jeden Fall mal gebrauchen. Was ein Glück ist Amerika so ein... ...so ein Baseball-Land. Hm. Oh, hier ist noch was. Das sieht so nach... Ich dachte, das sieht so nach Dreckloch aus. Da wird wahrscheinlich alles vollgelagert sein. Aber ist auch nichts. Hm. Furchtbare Atmosphäre hier drin, muss ich ja sagen. Ich will eigentlich hier nur noch raus. Wir gucken, dass wir eins hochkommen. Ob wir uns jetzt hier noch so ein Klickerer oder sonstige Scheiße auflauern. Wo ich gar kein Verständnis für hätte. S-J-T-P. Pfeile in diese Richtung. S-J-T-P. Was auch immer S-J-T-P heißt. Wir gehen der Geschichte mal nach. Wahrscheinlich wieder ein ganzes Stockwerk voller Arschlöcher. Hey, hier im Aufzug scheint eine Leiter zu sein. Warte, lass mich das aufmachen. Okay. Kurz noch hier... ...ein paar Sachen. Also diese Blitz- und Rauchgranaten, die sind ja supergeil, muss ich ja sagen. Habe ich ja jetzt erst eine benutzen dürfen. Na komm. Na komm, Joel. Es reicht. Ja. Kräftig drücken. Ach nein. Was? Gut. Gut, die Aufzugstür war auf jeden Fall zu. Übrigens, Aufzugsschächte haben bei mir so den gleichen Stellenwert, wie Abkürzungen. Das ist immer scheiße. Denn ich glaube nicht, dass der... ...dass der lange hält hier. Komm, Ellie, schnell. Komm, bevor das Dreckding abstürzt. Gib dem Mädel doch endlich mal zumindest die Pistole mit. Scheiße. Scheiße. Fuck. 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 Okay, die Aufzugskabine, die wäre dann mal weg. Ich... Ich gehe zu der Mutter, okay? Nein! Bleib da oben. Ich komme auch zu dir. Mh. Können vorlachen. Ich versuch's. Fuck. Fuck. Okay. Das war eine Scheiße. Jetzt sind wir hier auch noch getrennt. Ich hoffe, Ellie passiert da oben nix. Und sie ist immer noch unbewaffnet. Was keine gute Idee ist. Immer noch bin ich dafür... ...dass Ellie so schnell wie möglich bewaffnet werden sollte. Alkohol ist voll. Ich kann aber gar nicht auf das Select-Menü zugreifen, leider. So, jetzt müssen wir erst mal gucken hier. Fuck. Wie wir hier wieder rauskommen. Scheiße. Okay, da hinten ist Exit. Hier kamen wir, glaube ich, raus, ne? Ja. Gut, dann müssen wir wohl oder übel hier in Richtung Exit. Fuck. Nee, da hinten waren wir auch noch nicht. Was absolut nicht gut ist. Wow. Fuck you. Alter. So ein Kreis. So wie's aussieht, müssen wir hier... ...einmal irgendwie durchtauchen. Und das hat für uns wohl schon mal jemand versucht. So, schnell hoch. Ich hoffe jetzt einfach mal nur, dass die Klickere nicht schwimmen können. Und wenn wir mal festen Boden unter den Füßen hätten, könnten wir auch unseren Rucksack aufmachen. Oh yes. Oh yes. Und im Moment ist eigentlich meine einzige Hoffnung hier nur, dass diese Dreckviecher... ...die Luft nicht so lange halten können wie wir und vor allem nicht so gut schwimmen können. West Tower. Basement 1. Geht's da hoch? Staff Locker Room. Elevator South. Vielleicht... Da drüben. Ich muss irgendwie das Turm gehen. Hm. Okay, oben durch die Decke kannst du vergessen. Ah, das ist doch scheiße. Ich hoffe nur, Ellie ist da oben in Sicherheit. Hm. Hört ihr es auch schon? Ich höre sie schon grummeln. Oder kommt's mir nur so vor? Ich weiß es nicht. East Tower. Vielleicht kommen wir hier. Hier ist komplett... Hier ist alles dicht. Es kann höchstens sein, dass wir vielleicht drunter durchtauchen können. Vielleicht können wir unter dem Tor durchtauchen. Ich guck mal, ob er jetzt hier irgendwo... Oh, sieht nicht so aus. Da rechts ist auf jeden Fall ein Zugang. Und ich glaub noch geradeaus müssen wir, wenn nach rechts ein Zugang ist. Launtry Room, Boiler Room. Also irgendwo ist der Heizungskeller. Und die Wäschekammer. Vielleicht hier. Und die Zwischendecke. Ne, ist auch alles dicht. Scheiße. Nochmal kurz hier in diesem Regalzimmer nachgucken. Wir sind auf jeden Fall ein Satz Heizungsrohre. Aber das hilft uns auch nicht weiter. Und ich hab so ein bisschen das Gefühl, die Taschenlampe wird schwächer. Schwimme unter Wasser bis zum nächsten Gebiet. Ah, ja. Also geht's hier runter. In der Tat. Basement 2. Und hier wieder hoch. Die Taschenlampe geschüttelt. Das wollte ich jetzt unter Wasser nicht machen. So, und damit sind wir auf der anderen Seite hier von dem... Verdammte Sporen. Auch das noch. So, und wahrscheinlich kommen wir hier nicht hoch und müssen hier weiter. Und wo Sporen sind, sind ja auch meistens... Entweder Runner... Wenn die Ratten... ...aus der Richtung kommen... ...kommt eventuell was anderes auch aus der Richtung. Ach, endlich. So, machen wir uns erst mal zwei Medipacks startklar. Da ist auch noch irgendwas. Flasche haben wir bereits. Okay, hier ist eine Treppe. Nimm's mir bitte nicht übel, aber ich will hier schnell als möglich. Möchte ich hier bitte raus. Bis zum nächsten Mal. Vielen Dank.